UNTERTITELUNG In南無 UNTERTITELUNG es sind drei Waffen, weil auch aus Gelbarn-Marken sind ein big Waffen. Also geht es nicht über das Waffen, dass sie nicht gut haben, nicht über das Land. Die Leute müssen die Informationen haben, wir leben in einem digitaliseter Waffen. Die Leute müssen die Informationen haben und die Informationen haben. Wir wollen uns heute hier um diese Bekenntnisse zu machen. Und wir wollen, dass die Gemeinschaft von Rabies gebreit wird. Die Gemeinschaft von Rabies und Rabies und Rabies vertreten. Es gibt uns auch mit Freude zu behoosten das Nationaltoursohn-Service-Programm dieses Jahr. Und das ist ein wichtiges Thema für die Unternehmen, die sich in Süd-Afrika zusammenfassen, für eine Epeca-Babbing-Service. Die wichtigste Bekenntnisse ist die Provision der Service-Belieber hier. Viele haben das Recht auf die Bekenntnisse und die verschiedenen Bekenntnisse auf die Bekenntnisse zu verändern. Das ist ein Jahr. Insofern, ICT is affecting our lives in ways we cannot imagine. It therefore becomes very important that governments, together with private stakeholders, such as Think Wi-Fi, join hands to bridge the digital divide, by ensuring that everyone in the country has affordable access to information. Particularly our people living in a rural area. Through this initiative, I am confident that the learners' game of practice will now have access to the same educational content as learners in a well-resourced school in the big cities such as Johannesburg and Kewen. Through a very free Wi-Fi, which is uncapped and unlimited, the learners can now hope you are able to rise into the same thing. Jerusalem, Ikayalami, Kilo Nolose Uhambe Nami Kilo Nolose Kilo Nolose Uhambe Nami Kilo Nolose Bis zum nächsten Mal.